Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Guide zu WoW Legion. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die Teufelswurz-Analyse, die Kräuterkunde-Quest abschließen könnt bzw. wo ihr die drei Kräuterkunde-Lehrer, die ihr aufsuchen sollt, finden könnt. In der Quest ist beschrieben, dass sich einer im Grada von Angoro befindet, einer im Schuler Saarbecken und einer in Gorgron. Ich befinde mich jetzt hier im Grada von Angoro. Diesen findet ihr in Kalimdor, ganz klare Geschichte. Dort begebt ihr euch zur Koordinate 69,27. Hier zu diesem großen Baum und ja, wie ihr sehen könnt, nichts als grün. Da müsst ihr hier durch das Gestrüpp tauchen und hier unten befindet sich dann der gute Herr Blumenfeld. Den klickt ihr einfach an, das habe ich jetzt schon getan und ihr bekommt ihn dann, nachdem ihr mit ihm gesprochen habt, als Questfortschritt in euer Quest angezeigt. Als nächstes werde ich die gute Dani aufsuchen im Schuler Saarbecken. Bis gleich. Hallo zum zweiten Teil der Questreihe Teufelswurzanalyse für die Kräuterkundler. Ich befinde mich jetzt im Schuler Saarbecken. Dort bin ich hingekommen über dem Portal ins alte Dalaran. Dort begebt ihr euch zur Koordinate 63,48 und dort findet ihr die gute Dani, die Kräuterkundemeisterin, hier an so einem Stein auch einfach anklicken und dann wird sie euch als Questfortschritt angezeigt. Was ich euch jetzt noch zeigen werde, ist wie ihr den guten Loros findet in Gorgrund, wo der da sitzt. Und dann bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Kräuterkunde-Quest-Tolkenswurz-Analyse. Im dritten Teil möchte ich euch zeigen, wo ihr den Kräuterkundelehrer in Gorgrund findet, den ihr braucht für die Quest. Und zwar handelt es sich hier um den Lohor, der hier in Gorgrund als Vogel auf dem Ast sitzt. Und zwar bei Koordinate 43,79. Nachdem ihr ihn angeklickt habt, wird euer Questfortschritt euch angezeigt und ich habe die Questin hiermit abgeschlossen und kann diese nun in Dalaran abgeben. Und das machen wir jetzt auch gerade noch. Und somit kommt ihr dann mit eurem Kräuterkundeskill weiter voran. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!